Jan-Peter Rechler für Riederreihe in Launburg. Bundestagsabgeordnete Beslage heute erneut Verteidigungsminister de Maizière zur Drohnenaffäre. Dem Verteidigungsrauschchuss wird es darum, wie ein Branderminister tatsächlich von den Probennummern Projekteur... Hier ist Marino. Auch diesmal erwartet de Maizière vor dem Verteidigungsrausch... Das ist lecker, ne? Die Abgeordneten hatten mehr zweifeligen Details, die Drohnenlebatten einzuharbeiten. Außerdem sind seit dem letzten... Naustra ist lecker, ne? Ich bin normalerweise so klein gar nicht hier, aber ihr seid die Ausnahme, die Schlawiner, ihr seid die Ausnahme.